Neuzugang Nuri Sahin ist auch wegen der selbstbewussten Drehme Europa-Pokalambitionen von Borussia Dortmund zum SV Werder gewechselt Ich bin ganz ehrlich, ich wäre nicht gekommen, wenn das Ziel nur geheißen hätte, gegen den Abstieg zu spielen, sagte der 29 Jahre alte Neuzugang bei seiner Vorstellung in Bremen Der Verein und der Trainer haben hohe Ziele, das finde ich super. Ich habe bisher nur bei Vereinen gespielt, die den Anspruch haben, oben mitzuspielen Nach mehr als 14 Jahren bei seinem Heimat- und Herzensverein in Dortmund war Sahin am Freitag zu Werder gewechselt, weil er beim VVB keine Chancen mehr auf einen Standsatz sah Sein Abschied von der Borussia verlief trotzdem herz.